Okay, ne, möchte mich ja nicht beschweren, aber... Ah, schnell davor. Bitte, wer ist da draußen? Luke! Clem? Oh, danke Gott. Nic findest du nicht? Er hat einen Weg gemacht. Er hat Hilfe gemacht. Ich... ich sah ihn draußen. Schau, er war da draußen, aber wir haben ihn geholfen, du weißt. Oh Sarah. Luke, wo ist Sarah? Ich... ich weiß nicht, was zu tun, was zu tun. Was ist das Problem? Ihr Vater ist gerade gestorben vor ihren Augen. Los, Sarah, komm. Los, Sarah, komm. Komm, Mann, die Beißer kommen wir gleich rein, ey. Äh, komm, hör auf mich, ich bin deine Freundin, Mann. Ich bin deine einzige Freundin, jetzt gib Gas. Ich bin, äh... Ich bin, äh... Sie werden diese Ort öffnen, schnell. Wir können nicht bleiben. Also, wir müssen sie aufstehen, oder wir müssen... Ich bin versuchen. Ich bin versuchen für Stunden. Ich kann sie nicht versuchen, sie zu sehen. Clem? Sarah, es ist mir. Du musst hinhören, Sarah. Du bist nicht alleine. Ich bin. Vielleicht ist es so, dass du alle allein bist, aber du bist nicht. Ja, ich bin. Aber was ist mit Luke? Und Jane? Und ich? Wir kamen hier wegen dir. Wir sind alle in der Gruppe. Wir sind deine Familie jetzt. Oh, no way, shit, ey. Unsere Freunde machen uns stark. Und du wirst es auch sein. Yes. Schöne Spinnenoptik. Wehe, wenn Jane jetzt irgendwas passiert, ey. Oh, fuck. Oh, Gott. Und es bleibt wieder an mir hängen. Sarah, Mann. Ich brauche deine scheiß Hilfe. Was ist damit? Kühlschrank? Ja, was soll das bringen? Nein, das wird nichts bringen. Das wird auch nichts bringen. Oh, Gott. Hm. Ja, was denn hier? Dann bleibt ja nur noch das. Können wir das nutzen? Ja, das würde funktionieren. Was? Oh, shit. Okay. Ready? Auf drei. One, two, three! Oh, Gott, Leute. Jetzt müssen wir uns aber echt beeilen. Ich drück' Kuh wie ein bekloppte Mann. Komm, Luke. Vielleicht hätte Luke auch einfach schieben sollen. Schieben ist leichter als ziehen. Dann hätte er mehr Power. Ah, der da unten. Okay, go, go! Okay, nice. Und der nächste. Adams, komm, komm, komm. Oh, Gott. Jane, ey. Wenn ich jetzt sehe, dass Jane stirbt, bin ich echt ein sauer Mann. Sie hat uns so viel beigebracht und sie ist halt eine echte toughe Lady. Oh, Gott. Warum geht sie so weit nach rechts? Ich sehe sie nicht mehr. Mach die Tür zu. Wenn du dich jetzt nicht hochziehen kannst, ey. Da ist die Szene zusammen und zeigt Eier, Junge. Sarah zuerst. Sarah zuerst. Du kannst das. Du kannst das, Mann. Sie schafft es. Sarah, du machst es. Komm her. Scheiße, Mann. Ich wette, Jane wird jetzt sterben, deswegen. Du weißt überhaupt nichts. Jetzt komm. Clementine! Ho, 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 ho. Oh, mein Gott. Ich wusste es. Sie hat es geschafft. Ich dachte, das ist jetzt wieder so ein Ding. Entweder Sarah oder sie. Sie wurde nicht gebissen oder man hat es nicht gesehen. Sie hätte geschrien, wenn sie gebissen worden wäre. Vielleicht ist es jetzt auch so. Vielleicht wurde sie gebissen und sie zeigt es einem erst später. Aber nein, sie hätte geschrien. Jeder schreit, wenn er gebissen wird, oder? Würdet ihr schreien, wenn ihr gebissen wird? Ich schon. Nein. Spiel macht mich fertig. Okay. Schau, ich habe das nicht gefragt, aber... Sind wir noch da? Nein. Wir sind nicht weit. Sie wird auch nicht mehr so gut gehen. Schau, Sarah. Du kannst es durchgehen. Wir beide werden. Aber... Ich würde gerne hinter ihr gehen, damit ich zumindest sehe, dass wir sie nicht verlieren. Ich dachte, ich kann mich auf dich verlassen. Aber für den Moment schon. Ich versuchte, dass ich mich nicht mehr schreckt. Ich versuchte, dass sie sich selbst überlassen. Aber sie wurde verletzt. Ich glaube... Ich kann nicht verletzen. Als erst mal Sie gesagt haben, ich bin der erste Mal auf dem Ruhm. Ich habe schon gemacht. Ich habe das Gefühl schon gemacht. Luke, du kannst es nicht auf dich verletzten. Ich liebe dich. Ich kann es nicht vergessen. Ich schrauchte meine Freundin in vier Städte. Und jeden Morgen würde sie sagen, dass sie nicht aufstehen. Also würde ich sie überzeugen. Oder schrauchte sie. Oder schrauchte sie, wenn ich sie hatte. Bis zum nächsten Mal, die Walkers uns schrauchte. Wir schrauchte uns auf den Boden. Und wenn sie aufstehen, ich... Ich konnte sie nicht schrauben. Ich konnte sie nicht schrauben. Also habe ich versucht etwas anderes. Ich sagte, sie könnte, was sie wollte. Und ich lasse sie dort. Ich schrauchte nach dem nächsten Geburt, von mir selbst. Du hast deine Freundin verlassen? Jane. Ich bin wirklich sorry. Soll man jetzt Vorwürfe machen, bringt auch nichts. Schwachsinn. Und vor allem hat Sarah eben gerade ihren Vater verloren, vor wenigen Stunden. Es ist komplett normal, dass sie da total... ...kaputt in der Birne ist. Hallo, ey. Ihr Vater wurde vor ihren Augen... ...gebissen... ...zerfleischt... ...whatever. Da wäre niemand so easy-peasy locker unterwegs. Ganz ehrlich. Auch wenn du schon viel Scheiße durchgemacht hast. Wo ist Kenny? Er sitzt da nicht mehr. Das ist ja... Das ist ja... Das ist ja... W-Wait, w-Wait... ...w-Wait. Wo ist Nick? Wo ist Nick? Rebekah? Wenn wir uns zum Gehen gehen. Wo ist Kenny hin? Nein, nein, nein. Kenny darf uns nicht verlassen, Leute. Ich bin immer noch der Meinung, dass Kenny wichtig ist. Ich habe keine Ahnung. Kenny weiß es. Er ist nicht gegangen. Okay, er ist nicht gegangen. Ich habe ihn so schon mal gesehen. Boah, scheiße. Ich kann es probieren. Oh, scheiße, Mann. Ich darf es nicht verkacken, Leute. Ich darf es echt nicht verkacken. Oh, scheiße. Oh, scheiße. We need your help with Rebecca's baby. No one else knows what to do. You know what it feels like to get beaten almost to death. Peaceful. It feels peaceful. It was like I was floating away, watching the whole thing happen to me. And then I woke up again, and nothing's changed. I'm still taking a beating. Every day. Duck. Katja. Sarita. No peace. No rest. Kenny, you're not... you're not dead. We need you. Oh, yeah. Because I've done so great with everything else in my goddamn life. Come, hör auf mit dem Scheiß-Selbstmitleid. Carver have just finished me off. Obviously, I ain't helping anyone by being here. Wow. Weißt du, wie oft du uns geholfen hast? That's not true. You help me. All the time. I need you. Hmm. I've seen you take care of yourself. More than any three adults put together. But, uh, thanks for saying that. Now, I don't worry yourself about this. It's nothing. Hadn't killed me yet anyway. You can't infiziert sein. Don't be stupid. It could be infected. Well. Oh, shit. Does that mean what I think it does? What are we supposed to do? Das Baby kommt. Und Kenny ist wieder back in business, man. Gänsehaut. Fuck. 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 Kann man nicht irgendwo, zumindest nicht hier mitten am Bonen, irgendwo... Irgendwo... It feels wet. That's how it feels. What's going on? Rebecca's water broke. Äh... Oh, Christ. We should... What do we should do? Oh, fuck. What do we do? Kenny, thank God. I think the baby is coming. What do we do? All right, all right. Give me a second. No way can Rebecca Trapper like this. He's right. She's gonna make a lot of noise. They'll be able to smell her too. Now you got no choice, I'll lock down and do it right now. What should we do first, Kenny? I will jetzt keinen Drucker auf ihn legen, aber... Kenny, come on, you gotta focus. Oh, God. Right, right, sorry. Clean water for one thing. In blankets. And we gotta get out of this damn cold too. That map shows a couple of buildings nearby. Maybe one of them could do the trick. The museum seems like it could be a good start. I'll go. Good idea. I'll fight. We need to go with her? Sure thing. I'll check the building by the river. Okay, then. Kenny, you stick with Rebecca, and I will check the perimeter for walkers. Sarah? Sarah? You just stay here with Rebecca and Kenny, okay? Clem. Ich gehe mit ihr, okay. I know it must have been hard, but... Thank you for talking to Kenny. I'd love for you to give me and Mike a hand looking at the museum, but... I was thinking... How do we know, Janey just gonna take off? Maybe you should go with her. Make sure she comes back. What do you mean by that? You know, she doesn't seem to like being around people much. And she volunteered to head off awful fast. I guess it could be nothing. She's helped us so far. Yeah, no. You're right. Maybe it's nothing. Just something to think about. Boah, scheiße. Ich hoffe nicht, dass sie abhaut. Okay. We're looking for warm blankets, clean water, disinfectant. That all sound right? Mike and Bonnie sind zu zweit. Die kommen zu zweit, klar. Shit, ich gehe mit Jane. Maybe I should go with Jane. Better hurry and catch up then. Alright everyone, you know what to do. Let's be fast and let's be careful. Auf mich wird sie auf jeden Fall aufpassen, die Jane. Weil sie immer noch diesen kleinen Schwesterkomplex hat quasi. Und die anderen beiden sind zu zweit. Die sollten das auf jeden Fall zu zweit schaffen, hoffe ich. Jetzt sitzt sie da hinten. Naja, tatsächlich. Ich gehe mal ein bisschen schneller. Oh, hey. Wie geht's dir? Are you okay? Yeah. Yeah. It's just a lot's happened today. And I don't know if... Well, it's sometimes good to have someone watching your back. So, come on, partner. Let's go check out that deck. I like the height. Hast du was gefunden? Hast du was gefunden? Huh? Oh, äh, nicht yet. I hadn't really started looking until you showed up. I hope this place is what we're looking for. God knows, we could use a break. Das stimmt, ja. Das könnten wir wirklich gebrauchen. Eine Pause. Da wäre schon mal ein Tor zum Verriegeln. Ah, verdammt. Check this out. A gate is still locked. Which means that hopefully no one has gotten to whatever was locked in there in the first place. Who knows, what could be in there. Wie können wir reinkommen? Do you think you can pick the lock? I should be able to figure something out. Maybe this will work. Hmm, die Pfeile. The A-O-Pfeile? Versatility is not overrated. You know, uh, it wouldn't hurt to try a heavier hand with this thing. See if you can find something bigger. Or, we might need to bust the mechanism. Okay. Die Kanone. So, vielleicht ist hier irgendwas im Abfalleimer. Find anything? No, not even trash. Da geht's nicht weiter, ne? Ne, okay. Was können wir hier sehen? Nicht die Zeit für ne Geschichtsstunde, was? Ansonsten... Das Ding vielleicht. Ich glaube, es ist broken. Okay. Bleibt ja fast nur noch die Kanone. Wir können nicht ernsthaft die Kanone benutzen für sowas. Ist das nicht irgendwie locker eins, der Teleskope? Es ist doch noch ein Junge gewesen. Scheiße. Er kommt diesen Weg. Und wer weiß, ob er Freunde nebenbei hat. Warum kommt er hier? Keine Idee. Lass den hier hochkommen erstmal. Ich glaube, der ist eher verletzt. Wir warten erstmal. Ich glaube, er kommt hier hoch. Ja, genau. Was ist das für ein Versteck? Ah, guck mal, der hat eine Behinderung. Der kann einfach nicht anders gehen. Warum will er das da reinstecken? Was ist da drin? Was hat er da drin? Hey. Ich möchte einfach mit dir sprechen. Okay, das ist das. Du verstehst mich? Ja. Ich bin Arvo. Ich gehe. Ich will nicht. Ich will nicht. Ich will nicht. Es ist das kleine Mädchen. Eine kleine Mädchen. So hat sie auch gehört, dass er eine Waffe hat, nämlich. Ich wollte nicht ihren Namen sagen. Was hat er da drin? Was? Er wollte das wegwerfen, aber warum? Das ist ein Kopftrick. Was the fuck? Medizin. Wieso wolltest du es verstecken? Diese Medizin ist alles, was sie hat. Wenn diese Medizin für deine Freundin ist, warum hast du es in der Schraubung? Ich, äh, ich muss es, ich muss es sicher halten. Freundin oder nicht, wir können wirklich diese Dinge benutzen. Nein, du bist nicht ein schönes Mensch. Du hast mich bereits defenslos gelegt und jetzt, du hast meine Freundin die Medizin? Du hast Angst, ich brauche sie! Hey, wir haben Menschen, die sterben. Wer braucht diese Medizin? Luke ist immer noch ein Wack nach Carver. Kenny ist ein Schraubung. Rebecca ist in der Schraubung. Schau, alles. Clementine, wir brauchen diese Dinge. Menschen sind nur so viel als deine. Du bist nicht speziell. Clementine, ja? Du musst mir nicht glauben. Wir glauben nicht, dass meine Freundin ein bisschen schrecklich ist, dass deine Mutter so schwer ist. Sie hat genug gemacht. Oh, ja? Ich glaube, dass du nur ein bisschen Schraubung bist. Du weißt, was diese Waffe bedeutet? Oh, nein, nein, nein. Ich sage die Wahrheit. Ich schreue auf meine eigene Leben. Ich glaube nicht, ich glaube nicht, das. Medizin, Clementine. Oh Gott, was für ein Mensch bin ich geworden? Scheiße, scheiße, scheiße Leute, ich hab... Ich glaub das war ein Fehler, aber ich weiß es nicht. Hier können wir nicht bleiben, hier können wir nicht hin. Nein, doch nicht was, doch nicht... Nein, weg, nein, wir können hier nicht herziehen. Oh Gott, ich muss ein Schluck trinken, scheiße. Okay, ich teile euch mal meine Gedanken mit. Ist jetzt ein guter Zeitpunkt, ich weiß es nicht. Wir haben jemanden ausgeraubt. Nein, ich weiß es nicht. Jane und ich haben versucht, zu öffnen die Gift-Shop und ein Freund kam. Er hatte viel Medizin. Also haben wir ein bisschen. Was? Ihr ihn? Timm? Geräusche? Du hast die Medizin von jemandem verloren? Rebecca braucht sie. Ich weiß, aber... woher ist dieser Mann jetzt? Ich weiß nicht genau was ich von ihr als so, ich bin ganz ehrlich, ist auch echt so. Ich weiß nicht. Sie ist stark und sie hat uns geholfen. Aber sie ist frisch. Vielleicht. Aber niemand ist so frisch. Ich bin definitiv zu denken, dass wir vielleicht brauchen, dass wir uns rauskommen müssen. Was bedeutet das? Jane sieht aus wie der typische Person, die durch die Gefahrung wird. Aber wenn ich jetzt auf Kenny sehe, er einfach... er sieht broken. Die Menschen verletzt werden. Ich weiß, du hast eine Geschichte mit ihm. Ich glaube, er ist ein guter Mann. Er wird uns beschützen. Doch Luke, vertraue mir. Ehrlich. Ich wusste, dass... ... das Baby... ... das Horror... ... hat noch nicht gehört. Aber du hast gesehen, dein Freund, Murder Carver. Nicht nur zu töten. Aber... ... Clem, nicht nur zu blinken. Was würdest du gemacht, wenn es dir war? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich denke... weniger. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich muss die anderen über das Deck erzählen. Ja, gut. Ich... 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 ... ich sehe dich zurück dort. Könnte das Ende der Episode sein. Würde mega passen. Hm. Das ist ein Glück. Du hast dir alles gut gemacht. Wir haben noch was wir brauchen für den Baby? Mike und Bonnie sind noch nicht zurück. Hey Clem. Ich bin froh, dass du es zurückkriegst. Wie fühlst du dich? Angst. Und es tut mir leid. Ich wünsche dir Alvin hier wäre. Alles was er getan hat, war für dich und das Baby. Die wusste er auch so. Oh. Ich muss mit Kenny noch mal reden kurz, Leute. Ich finde diese Statue ist halt so cool, ne? Die passt einfach genau zu dem Zustand, der hier gerade herrscht. Auch mit der Schrift hier. Fallen. But never forsaken, glaube ich. Ja. Ich würde gerne noch mal mit Sarah reden. Mal eben zu ihr gehen. Kannst du gerne ein bisschen schneller gehen, Clem? Sie sitzt da immer noch so ein bisschen apathisch, Fötushaltung, dies, das. Doch. Ich will nur meinen Vater. Ich weiß. Wenn er... Wenn er hier kommt, sollten wir alle zurück nach der Kappen gehen. Wir sind sicher da. Wir sind sicher da. Sicher. Sicher. Sarah? Hey. Ich denke, das ist alles, was sie für jetzt nehmen kann. Sie wird okay. Hauptsache die, die schwanger ist, kommt jetzt hier noch her, weißt du. Ich hoffe, dass einer dieser Gebäude sicherer ist als hier. Da ist das Museum. Hier ist die Ruine. Hier befinden wir uns gerade. Das ist das Observation Deck. Ich will da nicht hin. Ich werde nachher meine Gedanken zu dem ganzen Shit nochmal euch mitteilen. Okay, was ist hier eine Warnung? Man weiß es nicht. Okay, dann würde ich sagen, geht's los. Haltet ihr uns steif. Mehr kann ich nicht sagen. Ich dachte, du bist mit Jane. Sie hat nicht weggezogen. Sie hat nicht weggezogen, was sie? Sie hat weggezogen? Sie hat weggezogen? Warum hat sie weggezogen? Wir haben eine Wohnung für Rebecca die Beine bekommen. Eine Beine zu sehen. Eine Beine zu sehen. Eine Beine zu sehen. Es ist sehr hoch und ziemlich sicher aus dem Wind. Oh, das ist großartig. Ich gebe mir nur noch 10 Minuten nachher. Er will nicht zurück nachher. Er will nicht zurück nachher. Aber ich will nur helfen. Ich will nur helfen. Okay, die haben wirklich noch nichts gefunden. Was? Hier sind Kanonenkugeln. Ich will diese Seite und du sie aufhören. Nein. Die könnte man theoretisch gebrauchen, um sie von dem Deck runterzuwerfen, falls irgendwas ist. Glaubst du, dass diese funktionieren? Nein. Sie sind nur für Michelle. Sie sind handig. Auch wirklich laut. Gute Punkt. Was haben wir denn noch so schönes? Was ist das? Hey, schau mal an das. Eine alte Beine. Schön. Sehr gut, Clem. Du solltest an das halten. Es wird viel kalt werden, bevor es wärmer wird. Und jemand könnte es nutzen. Kenny sagte, wir brauchen Blankete. Es ist nicht wirklich ein Blankete, aber... Aber es sollte den Trick machen. Gute call. Ich glaube, du hast bereits den alten Beine gegeben. Ich fühle mich so schlecht. Über alles, was passiert. Ich hoffe, dass du nicht immer so glaubst. Ich glaube, dass ich mich immer so glaubst. Nicht, dass ich dich beschämte, wenn du das gemacht hast. Ich habe immer noch nicht die beste Beine. Ich habe immer noch nicht die beste Beine. Du hast endlich geöffnet deinen Augen auf Carver und wie ein schlechtes Person er war. Das ist etwas. Ja. Schritt für Schritt, Bunny. Das ist großartig, aber... Äh... 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 Wir können Rebekah nicht in eine Konfederische Kälte setzen. Oh, ich habe mir nicht über das gedacht. Das ist nichts. Ehrlich. Scheiß drauf. Sie will ja ein Baby bekommen. Und ob das Baby jetzt... Ach Gott, ehrlich, ey. Okay. Du denkst, dass sie vielleicht so etwas über Warhammer sagen würden, dass es nur Leute aus dem Weg ist? Oh, du wirst nicht wissen, was du da sprachst. Und du musst nicht mit mir kommen. Nein, ich wollte es. Keine Ahnung. Okay. Wir probieren mal ein bisschen zu helfen. Ich finde es trotzdem lächerlich, bin ich ganz ehrlich. Also, lieber überhaupt irgendetwas. Irgendeine Unterlage. Als so rum zu jammern. So, was gibt's denn? Da ist noch ein Wasserspender. Da wird aber kein Wasser mit drin sein. So, was gibt's denn? Da ist noch ein Wasserspender. Empty. Da ist ja noch nicht mal ein Ding ins drauf. Ja, natürlich ist der Empty. Ja.